Eigentlich kennen unsere Energiepreise nur eine Richtung. Nach oben, es wird immer teurer. Und das wird auch im kommenden Jahr so sein. 6 Wochen vor dem Jahreswechsel müssen Strom- und Gasversorger mögliche Preisänderungen bekannt geben. Markus Plettendorf aus der NDR Info-Wirtschaftsredaktion. Wie viel teurer wird es denn 2021? Die Frage kann man so ganz pauschal leider überhaupt nicht beantworten, weil das regional sehr unterschiedlich ist. Ein Teil unserer Strompreise, ein gehöriger sogar, das sind die sogenannten Netzentgelte, die machen fast ein Viertel des Strompreises aus. Und befragt man jetzt mal verschiedene Verbraucherportale, dann steigen diese Netzentgelte, zum Beispiel in Berlin. In anderen Regionen, Bremen sei da mal als Beispiel genannt, da wird es dann sogar günstiger. Insgesamt gehen die Preise nach oben, die Netzentgelte. Das wird ein bisschen wieder abgefangen dadurch, dass die sogenannte EEG-Umlage, das ist der Teil des Strompreises, mit dem wir den Ausbau der erneuerbaren Energien finanzieren, dass diese Umlage sinkt. Also für den einen oder anderen Verbraucher wird es ein klein wenig teurer im kommenden Jahr, der Strom. Und andere, man höre und staune, können sich vielleicht sogar mal über eine kleine Preissenkung freuen. Kann man denn konkrete Zahlen in Euro und Cent nennen? Ja, das kann man schon. Guckt man einmal auf den sogenannten Grundversorgungstarif, da zählt das Verbraucherportal Verivox im Moment 83 Anmeldungen für Veränderungen. 40 Anbieter wollen mit dem Strompreis nach oben, 43 wollen ihn senken. Konkretes Beispiel, Haushalt mit 4000 Kilowattstunden im Verbrauch. Auch wenn wir da mal zum Beispiel nach Niedersachsen gucken, EWE ist da ein großer Anbieter. Ein solcher Haushalt, der spart künftig 17 Euro im Jahr. Also man könnte sagen, im Bundesdurchschnitt bleibt der Strompreis halbwegs stabil. Vielleicht ein ganz bisschen geht es nach oben. Auf einem ohnehin relativ hohen Niveau, muss man dazu allerdings sagen. Ja genau, da sprechen Sie was an. Wir sind in Europa ja die Nation mit den höchsten Strompreisen noch vor Dänemark. Woran liegt das denn? Ja, das stimmt. Wir zahlen inzwischen ja mehr als 30 Cent pro Kilowattstunde. Im europäischen Durchschnitt sind es nur etwas mehr als 20 Cent. Man könnte also sagen, wir legen wieder diese 4000 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch zugrunde, dass wir in Deutschland rund 400 Euro mehr für unseren Strom im Jahr bezahlen als unsere europäischen Nachbarn. Gründe, hatte ich Anfang schon angesprochen, sind die Netzentgelte und die EEG-Umlage. Wir steigen hierzulande ja parallel aus, aus der Atomkraft und der Verstromung von Kohle. Und da fließen milliardenschwere Abfindungen. Die erneuerbaren Energien müssen ausgebaut werden. Die Netze müssen ertüchtigt werden für den ja nicht ganz so konstant zur Verfügung stehenden Wind- oder Solarstrom. Das kostet alles Geld und das macht den Strom hierzulande teuer. Dazu kommt, dass wir ein kleines bisschen auch selbst schuld sind. Wir wechseln nicht allzu oft. Es gibt immer noch viele Menschen, die in der sogenannten Grundversorgung sind, die ihren Stromanbieter nie gewechselt haben. Und die Grundversorgungstarife, die sind im Durchschnitt alleine 8 Prozent teurer als die alternativen Angebote. Also ein Wechsel bringt durchaus ein bisschen Konkurrenz ins Geschäft, spart ein paar Euro. Das gilt im Übrigen auch für den Gaspreis. Und ein solcher Wechsel könnte im kommenden Jahr sehr sinnvoll sein, denn der Gaspreis wird ja wohl auch deutlich steigen, oder? Ja, da ist wirklich eine eindeutige Tendenz zu erkennen. Nur mehr als 7,5 Prozent wird Gas teurer. Und gucken wir da auch nochmal wieder zu Verivox, zu dem Verbraucherportal. Die stellen auch fest, dass wirklich die meisten Anbieter den Preis anheben werden und nur ganz, ganz wenige über leichte Senkungen nachdenken. Der Grund hier auch, Netzentgelte, noch viel mehr aber die sogenannte CO2-Bepreisung, die jetzt eingeführt wird. Unternehmen aus den Bereichen Wärme und Verkehr, die müssen künftig Verschmutzungsrechte für die von ihnen in Umlauf gebrachte Energie bezahlen. 25 Euro sind das pro Tonne CO2, die frei werden. Das wird auf Dauer auch noch deutlich mehr werden. Und diese Kosten, die geben die Unternehmen natürlich an die Verbraucher weiter. Und besonders deutlich wird der Gaspreis wohl steigen in den Regionen Berlin, Baden-Württemberg und Bayern. Dankeschön, Markus Plättendorf aus der NDR Info-Wirtschaftsredaktion.